Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich war nur zwei Jahre meines Lebens weg. Aber an die kann ich mich ganz wenig erinnern, weil da war ich sehr, sehr klein in London. Im Alter von drei Monaten bin ich hin, bin ich ausgewandert quasi und mit zwei wieder zurückgekommen. Aber in dieser Zeit hatte ich ein großartiges Erlebnis, das ich wahrscheinlich, dem ich meine Karriere zu verdanken habe. Das wollen wir aber jetzt wissen. Eben.